UNTERTITELUNG Ihr seid die besten Grand-Tourismo-Spieler auf der Welt. Das ist eure Chance, euch im Profi-Rennsport zu beweisen. Das ist kein Videospiel. Das ist die Realität. Kriegst du im Spiel dafür extra Punkte? Solche Fehler können dich dein Leben kosten. Ich weiß, was ich tue. Ich hab keine Angst. Ich bin diese Strecke im Spiel schon tausendmal gefahren. Lass sie mich auf meine Weise fahren. Das war grad ziemlich gut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Profi-Liga. Die anderen Fahrer, deine Boxen-Crew, alle werden dich hassen. Mit nem Joystick geht's leichter, oder? Ich seh nichts mehr! Ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich glaube an dich, Jan. Du musst der ganzen Welt beweisen, dass du hier hingehörst. Ich weiß, dass du Angst hast. Aber ob's dir gefällt oder nicht, du bist mitten im Rennen! Komm schon! Kämpfe! Ja, Sir. Wenn ich verliere, dann verliere ich mehr als nur ein Rennen. Ich gebe nicht auf. Zeigen wir's der Welt. Du kannst mich jetzt, du kannst mich jetzt. Du kannst mich jetzt, du kannst mich jetzt. Aber ich will nicht jetzt aufhören. jetzt!